Hallo meine Lieben, wir sind jetzt hier bei dieser grünen Olivenplatte. Ihr könnt euch noch erinnern, nächster Step, wir werden sie veredeln. Jetzt ist also das Stück aufgetrocknet und ich habe mir vorgenommen, das ein bisschen zu gestalten. Ich nehme heute eine grüne Lasur und werde das am Rande, zumindest von diesem Stück, ein bisschen dunkler einfärben mit dem Pinsel. Das könnt ihr natürlich auch mit etwas anderem, aber ich möchte es jetzt einmal so einfärben. Mal schauen, was es macht. Den kann ich immer noch draußen quasi mehr machen. Vielen Dank.